Guten Tag, verehrte Zuschauer! Und damit herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr den Unterschied zwischen einer komprimierten Musikdatei, etwa einem MP3-Format, und einer nicht so komprimierten Musikdatei, etwa einem Wave- oder Flak-Format, herausfindet. Was MP3 ist, wisst ihr wahrscheinlich alle. Es ist ein Musikformat, was sehr wenig Platz wegnimmt. Was nimmt so ein Lied in MP3 weg? 2-3 MB, je nach Komprimierung. Und damit das so klein ist, werden bei der Komprimierung Frequenzen weggeschnitten, die das menschliche Ohr kaum bis gar nicht hören soll. Es gibt aber Leute, die behaupten felsenfest, dass sie einen Riesenunterschied hören, zum Beispiel zwischen der CD und der MP3-Datei. Ich persönlich gehöre leider nicht zu den Glücklichen. Meine Ohren sind einfach zu schlecht, ich bin doch nicht audiophil oder sowas. Aber dennoch möchte ich euch heute mal demonstrieren, wie man den Unterschied trotzdem hören und auch visuell sichtbar machen kann. So, wenn ihr gar keine Ahnung davon habt, was Wave oder Flak ist und was der Unterschied zu MP3 ist, dann googelt das jetzt erstmal, das jetzt so ganz genau zu erklären würde, den Rahmen dieses Videos sprengen. Ihr seht schon, ich habe hier einen Internetbrowser geöffnet mit einer Seite von Sony, wo man so eine Testdatei herunterladen kann. Diese Testdatei, die ist angeblich in 24-Bit Flak mit 96 Kilohertz. Das klingt alles super gut. Diese Datei ist ziemlich groß. Sony hat auch irgendwelche bestimmten MP3-Player hier, die dieses hochauflösende Audio-Gedöns abspielen können. Also die können nicht nur normale MP3s abspielen, sondern auch hier zum Beispiel dieses Flak-Format. Auf jeden Fall habe ich mir diese Datei hier mal runtergeladen. Die kann man hier auch noch in 192 Kbps herunterladen, komprimiert in AAC. Das ist nicht MP3, aber halt auch ein anderes komprimiertes Musikformat. Ich habe mir jetzt die originale, angebliche 24-Bit-Datei heruntergeladen. Das hier ist die Datei. Das ist 15 MB groß für 39 Sekunden Musik. Ich habe das Ganze jetzt mal in MP3 konvertiert. Da sehen wir, das nimmt nur noch 1,58 MB weg. Ich habe mir jetzt bewusst nicht diese Datei runtergeladen, die Sony da anbietet, weil die wahrscheinlich sowieso kacke komprimiert ist. Ich mache das lieber selber. Dann habe ich die ganze Datei auch nochmal in Flak konvertiert. Allerdings nicht in 24-Bit, sondern ganz normal in 16-Bit, also CD-Qualität. 7,62 MB. Wie macht man jetzt den Unterschied hörbar, was da jetzt sich? Ich meine, die MP3, die nimmt nur 1,5 MB weg und die große, die originale, in Studio-Qualität nimmt 15 MB weg. Wie kriegt man da jetzt den Unterschied raus, ob die tatsächlich besser klingt, wie viel die besser klingt? Zuallererst einfach mal anhören. Guckt einfach mal, ob ihr den Unterschied überhaupt wahrnehmen könnt. Ladet euch hier diese Testdatei runter. Die kann man kostenlos runterladen einfach hier. Und ihr könnt ja auch mal ein paar CDs, die ihr noch irgendwo rumfliegen habt, kopieren und da mal hören, ob ihr da den Unterschied hört. Ich zeige euch jetzt ein ganz cooles Programm. Und zwar FUBA 2000. Bester Musikplayer meiner Meinung nach. Weil der kann auch einfach mit allen möglichen Dateiformaten umgehen. Die mal alle rein. So, ich habe jetzt einfach mal alle Dateien hier reingezogen. Das hier ist die MP3. MP3 geht halt nur bis 320. Das hier ist die, die ich auf ungefähr die halbe Qualität komprimiert habe. Und das hier ist die originale. Die steht auf 24-Bit. Die hat 16-Bit. Und die hier, also die originale Datei, soll theoretisch doppelt so gut sein wie eine CD. Erstmal vergewissert euch, dass ihr den Unterschied überhaupt wahrnehmen könnt. Weil wenn ihr überhaupt keinen Unterschied zwischen einer MP3 und einer nicht komprimierten Datei hören könnt, warum solltet ihr euch dann unkomprimierte Musik in Studioqualität kaufen für schweine viel Geld? Oder warum solltet ihr euch eure ganzen CDs in Flak konvertieren, wenn ihr damit nur Speicher verschwendet und nichts davon habt? So, deswegen erstmal testen mit eurer eigenen Musik, die ihr von CD kopiert habt oder sonst woher habt. Oder halt mit dieser Testpartei, die ich hier von Sony zum Beispiel runtergeladen habe. Und ich habe hier das Programm FUBA 2000, wie gesagt, empfehle ich sehr, weil das eine ganz coole Funktion hat. Und zwar, ich mache das jetzt mal mit der originalen und der MP3. Ich markiere die alle beide, die ich vergleichen will und gehe dann, ich klicke mit der rechten Maus dazu drauf und gehe auf was, Utilities und A, B, X. Und dann kann man hier noch irgendwas einstellen. Ich lasse das einfach so hier auf OK, dann rödel da was. Und dann hat man hier diesen schönen Vergleichstest. Da kann man dann auf Play A drücken und der spielt die eine Datei ab, bei B spielt da entsprechend die andere Datei ab. Aber es wird hier nicht verraten, welche welche ist. Darunter hat man nochmal XY. X ist halt die eine, Y ist wieder die andere. Und dann könnt ihr hier rumklicken und dann hier unter Choice einfach angeben. Zum Beispiel die A hört sich genauso an wie die Y und die B hört sich genauso an wie die X. Dann könnt ihr hier draufklicken und weiter. Ihr könnt natürlich auch hier in der Position hin und her gehen und dann mal hören. Dann habt ihr nämlich einen 1 zu 1 Vergleich, wo ihr zwischen beiden Dateien hin und her switchen könnt und hören könnt, ob ihr denn überhaupt einen Unterschied hört oder ob ihr euch denkt, das hört sich alles gleich an. Da habt ihr schon mal einen ersten Anhaltspunkt. Also ladet euch das Programm hier runter, das ist kostenlos. Gibt es auch als Portable Version, könnt ihr auf einen USB-Stick klatschen und habt es immer dabei, ohne Installation. Ja. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid oder noch Bestätigung braucht, dann kann ich euch was anderes zeigen. Und zwar habe ich hier so ein kleines schönes Programmelchen. Speck heißt das Ding, das gibt es auch zum Runterladen. Und zwar ist das einfach ein kleines Programm, ist glaube ich auch Portable. Das zeigt euch einfach eure Musik, die ihr habt, visuell an, als Grafik. So, da habt ihr einfach dieses Ding hier, dieses Fenster. Ich mache es dann mal was größer. Und da zieht ihr dann eure Musikdatei rein. Ich mache das jetzt mal mit der originalen 24-Bit-Flag. So. So sieht die jetzt aus. Ihr seht, die geht oben bis 48 Kilohertz. Hier ist nichts, also was schwarz ist, da ist nichts vorhanden. Die blauen Bereiche sind leise Töne und die grünen sind schon das lauter und rot ist ganz laut. Könnt ihr auch da sehen, Dezibel und so weiter. Und das ist halt der Inhalt der Audiodatei. Und da könnt ihr das sehr schön sehen, wie viel Information in so einem Lied drin steckt. Jetzt zum Vergleich mal die MP3-Datei. Und da seht ihr, die ist oben abgeschnitten. Das ist auch, was ich eben schon erklärt habe. Die ist bei 20 Kilohertz einfach abgeschnitten. Das heißt, alle höheren Töne, alle anderen Informationen, die hier drüber noch waren bei der Originaldatei, die sind weg. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Die hat viel weniger Informationen als die originale Datei. So. Mit diesem Tool kann man aber auch ganz gut Fakes entlarven. Ich habe ja eben schon erklärt, das Original ist halt diese 24-Bit-Datei. Und ich habe die in 16-Bit konvertiert. Und ich ziehe nochmal die originale 24-Bit rein. So. Wenn das eine echte 24-Bit ist, hätte die ja mehr als eine 16-Bit. Ich nehme jetzt mal die 16er, die ich selber konvertiert habe. Oh. Die sieht ja genau gleich aus. Nochmal die originale. Hä? Hä? Äh. Die sieht genau gleich aus. Ja. Dieses Bild gibt schon zum Anlass, dass es sich bei der Datei höchstwahrscheinlich um eine Fake-Datei handelt. Die ist nämlich nicht besser als 16-Bit. Also bei 24 müssten theoretisch noch mehr Informationen da drin sein. So. Jetzt haben wir das Ganze halt schon visuell dargestellt. Jetzt geht es nur noch darum, wie macht man denn das Ganze hörbar? Also den Unterschied zwischen den Dateien. Wenn man ihn nicht hören kann, ist das vor allem eine große Hilfe. Und zwar habe ich da wieder so ein Programm. Audacity. Ist auch kostenlos. Gibt es hier zum Download. Und das hier ist das Programm dann. Ist nicht besonders hübsch, tut aber auch nichts zur Sache. Man kann den Unterschied zwischen der unkomprimierten Datei und irgendeiner anderen Datei tatsächlich hörbar machen. Und zwar indem man das übereinander legt und invertiert. Dann bekommt man als Endresultat nur die Töne rausgespuckt, die bei der schlechteren Datei, also MP3-Datei, rausgerechnet werden. Ich zeige es euch einfach mal. Ich ziehe die originale Datei rein. Das ist halt die FLAC-Datei. Die ganz große mit ihren 15 MB. Und dann hier meine MP3-Datei. Bei MP3-Konvertierungen gibt es aber ein Problem. Und zwar, dass die sich immer so ein bisschen verschieben. Deswegen zoome ich hier mal ran. Und da sieht man es schon. Die sind nicht synchron. Die sind nicht komplett übereinander. Deswegen mache ich das jetzt mal. Man muss die halt übereinander legen, dass die wirklich komplett zeitgleich ablaufen und übereinander liegen. Ja, übersteuert jetzt leicht, weil natürlich zwei übereinander liegen. Deswegen mache ich hier mal ein bisschen leiser. Beide Dateien. Minus 6 dB. Jetzt habe ich die komplett untereinander gelegt. Und jetzt, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Die untere anklicken. Und dann auf Effekt invertieren. Dann rechnet er irgendwas. Hat er jetzt schon gemacht. Und dann, was man jetzt hört, das ist quasi der Unterschied zwischen beiden Dateien. Ich zeige euch jetzt mal erstmal, wie sich das Original anhört. Das ist komplett unkomprimierte in dieser angeblichen Bombenqualität. Und jetzt haben wir halt die invertierte Version, wo man nur den Unterschied hört. Und das hört sich so an. So, jetzt haben wir gehört, was der Unterschied ist. Das könnt ihr auch gerne mal mit eurer Musik ausprobieren. Und jetzt kontrollieren wir aber doch mal, ob es sich bei der Datei wirklich um eine echte 24-Bit-Datei handelt. Oder ob das irgendwie doch nur ein Fake ist. Ziehen wir die Originale mal rein. Und dann die, die ich konvertiert habe. Auch in Flack, aber nicht in so eine große Flack. Beim Flack-Format ist es so, die dürften eigentlich nicht asynchron sein. Nö, sind sie auch nicht. Die liegen genau untereinander. Und da mache ich jetzt genau dasselbe mit. Also, nochmal, minus 6 dB, weil es sonst übersteuert. So, dann die anklicken, die untere und Effekt invertieren. Mehr braucht man gar nicht machen. Wenn die eine Datei jetzt hochauflösender ist als die andere, müsste man ja hier jetzt was hören. Ein Unterschied. Was bei der einen noch dabei ist, was bei der anderen fehlt. Okay, testen wir es mal aus. Hören wir mal rein. Also, ich höre nichts. Moment, ich mache mal lauter. Ich höre absolut nichts. Und lauter geht es hier schon nicht mehr. Hm. Seltsam. Ja, da oben schlägt auch nichts aus. Ich kann es nochmal demonstrieren, wenn ich nur die eine alleine abspiele. Dann sieht man ja, da schlägt was aus. Weil was läuft. Weil irgendwas laut ist. Hier schlägt nichts aus. Das heißt, wenn da noch irgendeine Frequenz wäre, die so hoch ist, dass ich sie nicht hören könnte, würde der das hier ja anzeigen. Da würde irgendwas ausschlagen. Oder wenn da ein leises Rauschen wäre oder sonst was, würde das ausschlagen. Aber da schlägt einfach nichts aus. Was bedeutet, bei dieser Datei handelt es sich um einen Fake. Das ist keine echte 24-Bit-Flag. Das ist maximal eine 16-Bit-Flag. Und die ist nicht so gut wie Sony das in dem Fall hier. Ich gehe nochmal auf die Webseite. Die ist nicht so gut und so hochauflösend, wie Sony das hier darstellt. Das ist eine ganz normale 16-Bit-CD-Datei. Die war jetzt wie gesagt kostenlos. Da ist es ziemlich egal, ob man sich die jetzt runterlädt oder nicht. Aber, und das ist der Punkt, wo ich drauf hinaus sollte. Es gibt Seiten im Internet, wo man für viel Geld Musik in angeblich dieser bombigen Qualität kaufen kann. Viele Leute nehmen den Unterschied zu einer normalen MP3 gar nicht wahr. Manche schon. Aber manche lassen sich vielleicht auch ein bisschen beeinflussen. Denken, ja, die ist ja so viel besser. Die muss besser sein. Ist sie aber gar nicht. Und dann springt wieder der Placebo-Effekt ein. Und die Leute denken, die ist besser. Obwohl sie es nicht ist. Und das ist einfach eine Riesenschweinerei. Da gibt man dann viel Geld aus für nichts und wieder nichts. Mein Fazit zu dieser ganzen High-Resolution-Audio-Sache ist irgendwie, da muss man aufpassen. Man wird leicht verarscht. Und ja, was ich dazu sagen kann, ist, dass das einfach nur Quatsch ist. Kauft euch keine Musik für viel zu viel Geld, wo ihr nicht wisst, was ihr am Ende bekommt. Kauft euch sowieso nur sowas, wenn ihr wirklich einen großen Unterschied hören könnt. Ansonsten lasst es einfach. Wenn ihr Musik in guter Qualität haben wollt, dann kauft euch die CD und kopiert die in Originalqualität, in Flack oder in Wave. So, zum Abschluss jetzt nochmal eine Demonstration, wie sich das bei einem normalen Popsong anhört. Und hier habe ich einfach mal Green Day kopiert und das gleiche mit Obesity gemacht, wie ich gerade mit dieser Testdatei demonstriert habe. Und jetzt könnt ihr mal den Unterschied hören zwischen der Originaldatei von CD und einer MP3, wie das so klingt. Ich hoffe, mein Video wird jetzt nicht gesperrt. Aber ja, so klingt das. Ich denke, das Lied kennt ihr alle, Boulevard of Broken Dreams. Machen wir gerade an, noch ein bisschen lauter. Und jetzt wird es noch ein bisschen lauter. Ja. Wie ihr hören konntet, ist das nur gekruschtel und gekraschtel und man versteht nicht viel. Und ich habe das auch jetzt gerade ziemlich laut aufdrehen müssen. Normalerweise höre ich so auf 13, 14 ungefähr, lautstärkemäßig. Und das hier muss ich gerade auf über 80 aufdrehen. Das heißt, das ist nicht sehr laut, was da verloren geht bei einer MP3. Müsst ihr eigentlich für euch selber entscheiden, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist. Ob es sich für euch lohnt, Musik in unkomprimierter Form zu hören und zu speichern. Oder ob MP3 nicht vielleicht doch einfach reicht. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt und zur Schau gebracht hier. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt mich ruhig. Versucht mal mit eurer Musik den Unterschied auszumachen. Und ich mache ja oben mal auf dem I hier oben mal eine Abstimmung, ob ihr den Unterschied hören könnt. Hört ihr den Unterschied zwischen einer CD und einer MP3, beziehungsweise einer FLAC oder MP3? Könnt ihr mir ja mal beantworten. Ich höre es wie gesagt nicht, deswegen ist mein Fazit auch, ich habe meine meiste Musik einfach in 320er MP3s. Das, was ich besonders gerne höre, speichere ich mir in FLAC ab. Aber ansonsten, also ich glaube nicht, dass es hier an meinem Equipment liegt. Mein Kopfhörer ist eigentlich gut genug dafür. Und mein Fazit ist einfach, gebt kein Geld für Dateien aus, wo ihr nicht wisst, was ihr am Ende bekommt. Wo es wahrscheinlich eh nur Fakes sind, die gar nicht so gut sind, wie draufsteht. Investiert das Geld lieber für gute Kopfhörer. Und ja, wenn auf Kopfhörern steht High Resolution Audio, das ist auch wieder so eine Sache. Ich sage nur, das ist ein Marketingbegriff. Also der Kopfhörer, der weiß nicht, wie viel Bit der abspielt oder so. Der wandelt das eh um. Jeder Kopfhörer kann das abspielen. So, das soll es gewesen sein. Ich habe jetzt gleich meinen Spaß beim Schneiden dieses Videos. Ich habe jetzt ohne Scheiß über eine halbe Stunde aufgenommen. Ich wollte das Video eigentlich in 5 Minuten quetschen. Mal gucken, wie ich das jetzt wieder schaffen soll. Okay, damit war es das jetzt auch. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Wer weiß. Tschö.